so hallo und herzlich willkommen zur dota asian championship auf dem safira tv client ich bin süßsaison und diesmal ein anderer als blacklight wir versuchen es mal ein bisschen zusammen er muss arbeiten ich nicht als student hat man den vorteil dieses mal geht's cloud9 gegen eg und danach cloud9 gegen lgd weil vor 11 uhr ist ein bisschen böse und 5 uhr wollte ich jetzt nicht aufstellen eg gegen sequit wäre ein ziemlich cooles spiel geworden aber mit 5 uhr doch ein bisschen zu früh aber immerhin wir haben zwei topspiele vor uns c9 eg glaube ich ist jedem im begriff und ich freue mich auf sehr viel action noch eben wieder secret gegen dings gesehen vg gaming das war sehr interessant hatte irgendwie die ersten 30 minuten gesehen musste dann so langsam hier diesen cast vorbereiten habe dann ausgemacht und war nachher sehr erstaunt dass das game doch nicht so ausgegangen ist wie ich dachte kein spoiler sehr überraschend aber gut immerhin ja okay der chat spoilert schon aber genau davon wäre ich sehr sehr überrascht das ist doch noch irgendwie so geschafft haben tja cloud9 shadow fiend und x raus kein zu mail shadow fiend badrider und lichen von eg raus auch bone7 badrider sehr viele signature bands hier auch schön zu sehen der respekt von beiden teams ist vorhanden bisschen sinnlose statistiken ich glaube laut join dota heißt es dass beide teams erst binnen summit 2 zuletzt eingetreten sind wo es die nein gewonnen hatte bisher bis auf dream league season 2 hatte immer sie nein gewonnen aber gut mein gott haben sich viel geändert ich glaube also mit den roster changen halt auch zu mail und ja no tail sind ja auch noch neu und da wird sich da einiges ändern ja aber wie gesagt es lohnt sich auf jedennoch das secret und vg-game definitiv wisp no tail signature hero first pick von cloud9 und wir haben wohl einen aui chen so wie es aussieht also volle signature breitseite hier eg und cloud9 spielen glaube ich das was sie können und hey ich glaube bei einer gruppenphase von dota to asian championship ist das gar nicht mal so sinnlos auch dinge zu spielen jemand kann wobei technik und cloud9 sind so die teams dieses glaube ich alles können glaube ich mal ich gucke mal dass ich hier so langsam mal die den score raus hole während eg den zweiten pick pickt düm 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 dütur leid nicht na gut aber noch ein bisschen zeit ist da chen 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 ich erwarte so einen kleinen Engine Operation Bann, denn keine Spoiler, aber letztes Game war das perfekt gemacht, Chen gepickt von Secret und VG Gaming haben die Engine Operation perfekt eingesetzt, um halt wirklich diesen Chen zu countern der mit Hand of God und Mech doch super Heal Potential hat und wenn da eine Initiation kommt und mit Chen und Hand of God einfach mal wieder jeder lebt und die Hälfte von Cloud9, was auch immer sie dagegen zu werfen hat, schon wieder gekontert wird, das ist halt vielleicht eine schlechte Sache na gut Joan Dota lädt immer noch nicht bin ich ganz sicher, da der Stream noch geht und da Dota noch geht würde ich jetzt mal sagen, liegt sein Joan Dota nicht in mir egal wir haben einen Line von EG, PPD Line, der doch sehr gut versuchen wird, wahrscheinlich Note hier ein bisschen rumzufingern schöne Wahl, halt auch gegen den sehr squishy Wisp, besonders wenn sie jetzt hier noch einen Red Click Carry picken und Wisp doch gerne auf das Ghost Zepter gehen würde, glaube ich freut sich Line noch sehr darüber, so Ghost Zepter vielen Dank für die 40% Damage Increase ja gut, okay Team Liquid wow, Tiny Wisp, wer hätte es gedacht von Cloud9 das überrascht uns alle jetzt wundervoll nicht schauen wir uns mal genau die Ergebnisse was haben wir? wir haben EG 10 zu 4 und Cloud9 mit 7 zu 6 ich habe, glaube ich, gestern Beyond the Summits drin gehört, dass sie sagen, wenn du 8 Wins hast, bist du auf jeden Fall sicher außerdem sind das hier sowieso die letzten Games Cloud9 hat noch 2 Spiele vor sich EG, glaube ich, noch 1 so wie es aussieht, ja ich glaube, sie sind fertig mit 15 Games deshalb braucht EG noch 1 EG sind auf jeden Fall weiter für Cloud9 geht es hier tatsächlich um alles wenn sie hier die Dinge verlieren könnten sie tatsächlich noch rausfliegen also Cloud9 wichtiges Spiel für sie und schauen wir mal aber Tiny Wisp ist schon ein schönes Rezept um hier gut loszugehen ich rechne jetzt doch sehr stark mit dem Ancient Revolution Bann von EG denn Team Global zusammen mit der EA ist super und Anti-Heal gegen den Chen ist eine super Wahl und da sollte eigentlich der Bann eindeutig sein PPD als Draft er lässt sich hier ein bisschen Zeit aber mal schauen Tiny Wisp ist auch mit anderen Dingen doch sehr ekelhaft klar aber naja mal schauen, ob es die EA wird oder nicht Packbahn na gut erstmal der Packbahn lange Dream Coil viel Zeit zum Relocaten und hat auch der nötige Silence um den Relocate vorzubereiten wenn er denn dann reinkommt dass er nicht direkt gestunt wird so ein Lion oder so der schön in der in der Geraden dann erstmal Tiny Wisp Stunt würde und dann weg weg blinken würde wer vielleicht nicht der beste Set hat dafür Brewmaster Bun von Cloud9 auch zusammen mit dem Juggernaut vielleicht die zwei Heroes die doch recht einfach im Relocate Ganking kommen können außerdem hat Brewmaster starke Mitte kann Fights delayen und ist auch ein einfacher Stunner für den Wisp Avalanche Toss macht da nicht so viel Damage gegen von daher ein schöner Bun tatsächlich kein Ancient Ambition Bun Treue ist noch raus stimmt warum hat auch der so lange überlebt First Ban meistens und Beastmaster von Evil Genius also priorisieren den Tiny er muss irgendwie gestunt werden und was gibt es da einen besseren Heroes Beastmaster technically Bane aber ja Bane ist es doch ein bisschen schwieriger die Volliduration an Disabled auszuhauen als beim Beastmaster wo das doch sehr schnell mit der Geschwindigkeit einer Schallwelle rauskommt ha schlechte Witze werden hier noch öfters kommen hoffentlich nun gut Cloud9 Tiny Wisp und schon zumindest mit Shen einen gewissen Global Counter mit der Hand of God mit Beastmaster einen Counter an sich gegen Tiny der naja zumindest mal gestunt wird und EG wird dann ich weiß nicht wahrscheinlich Offlane Beastmaster Universe könnte ich mir vorstellen dann haben wir halt noch einen zu Male Hero und einen Fear Carry und im ganzen Raw wird es einiges an Zeit sein die hier gestunt auf ihn draufgehauen werden kann Earth Shaker ja gegen den Chen Army immer gut zu haben außerdem die die Fissure Blocks können auch für einen Redocate gut sein wobei ich jetzt hier nicht zu viel priorisieren will auf Relocate Games denn ja es ist in eine Sache aber sie können halt auch horribly wrong gehen je nachdem wo man hin relocated wie die Traps sind wir sind hier Tier 1 dementsprechend könnte es ganz gut sein dass Bait teilweise passiert und Relocate Games doch sehr sehr viel fehlschlagen könnten Storm Spirit ist da ein ziemlich guter Held gegen zum einen Relocate wird schwierig klar wenn ein Beastmaster findet mit Blink Raw dann ist auch zu Male Storm Spirit sehr schnell down aber naja ansonsten ist er schnell weg außerdem schneller Re-Engage auf den Tiny Wisp kann sich den Wisp schnell rausholen Beastmaster vielleicht blinkt rein Rotten Tiny und dann ist Tiny schnell alleine im ganzen EG Lineup außerdem schön zu sehen Storm Spirit zu Male auch ein ziemlicher Hero haben hier einige von den Favorite Heroes beziehungsweise den Heroes wo die Spieler bekannt für sind interesting freut mich sehr aber es wird wohl ein Universe Beastmaster auf der Offlane das ist ein bisschen so der Nachteil bei den ganzen Pro Teams wenn du schon weißt okay ich weiß genau wie die Lanes sind oder zumindest wer wen spielt kann natürlich auch ein bisschen Überraschung kommen jetzt wenn noch was anderes passiert aber naja ansonsten ist eigentlich schon alles klar wenn man hier sieht wer da so rausgepackt wird Bristleback von Cloud9 auch einer der in letzter Zeit höher gewerteteren Heroes besonders mit Wisp Wisp Bristleback ist ein sehr tankiges Lineup mit Earthshaker solange sie kein Earthshaker Core spielen wollen wie Navi das heute Nacht getan hat das Spiel habe ich leider noch nicht angucken können aber hey Core Earthshaker auf Dandy Freude mal schauen ob es funktioniert hat und ob sie irgendwas mit getan haben dass es wert ist das anzugucken aber wie gesagt keine Spoiler weiß ich selber noch nicht werde ich mir noch angucken ich glaube nicht dass es für Cloud9 ein Core Earthshaker wird dementsprechend Support ansonsten hätte ein Dazzle hier noch ganz gut gepasst Dazzle Bristleback zusammen mit Tiny ist auch eine ziemlich gute Wahl gerade wobei Dazzle natürlich nicht so ein starker Core ist wie jetzt hier ein Wisp ein Shen ein Lion oder aber doch eine Ventures Build die noch drin ist aber gut wir haben leider alle Supports raus ich mag Supports aber leider gibt es davon nur meistens zwei höchstens letzte Band von Cloud9 EG braucht noch einen Carry 4 kann doch relativ viele Carries spielen aber sie brauchen auf jeden Fall irgendwas aus dem Late Game Skaliert ich weiß nicht wie das aussieht mit Frühfighten klar Tiny Bus sind ab keine Ahnung 10-12 Minuten eine Gefahr auch mit Relocates und Earthshaker die Fissure ist eigentlich ab Level 1 da okay eigentlich nicht eigentlich definitiv ab Level 1 da und auch Bristleback für Fett von daher brauchen sie jetzt einen Carry der Fett kann genau sowas wie eine Luna ausgezeichnet auch gutes Late Game Potential außerdem mit Tiny Wisp ist halt immer zusammen ganz gut okay Tiny Bristleback und Wisp müssen doch recht nah zusammenstehen und tja dann kommt die Luna Dart mit den Glaves tja Medusa wäre eine gute Wahl gewesen ja aber ich weiß nicht was gegen das Core Shaker weiß nicht ich habe nur Navi gesehen Tobi Wan hat es irgendwie gefeatet habe das Navi den rausgeholt hat aber auch ein ScreeShot drunter technisch und damit Twitter hier oben auf ist es war gegen Tong Fu okay gegen Tong Fu Luna 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 ja frühes BKB ist jedoch schon nötig nicht so extrem früh wie sonst aber klar Avalanche Toss und Echo Slam und Fissure sind böse Dinge die man als Luna nicht unbedingt haben will aber sehr viel Desable auf der Seite von Evil Genius ist prinzipiell fünf Stunts wenn man so drüber nachdenkt das ist einiges Beastmaster Raw Chen Creeps die stunnen können das ist einiges an Control aber Cloud9 haben halt den Vorteil zumindest wenn eine Minionarmee kommt haben sie einen Echo Slam und wenn sie jetzt so groupen generell kommt es halt sehr schnell in der API und mit API Echo Slam glaube ich haben sie die Möglichkeiten hier egal wie spät das Spiel geht das Ding halt irgendwie nur rumzudrehen weil sobald eine API irgendwie auf mehr als drei Heroes trifft oder auf drei oder mehr Heroes mit dem Echo Slam drauf und Avalanche Toss Combo sollte nicht mehr viel von Evil Genius ist üblich bleiben besonders weil sowohl Luna als auch Storm Squishy sind wenn sie gefunden werden die Frage ist natürlich nur ob sie gefunden werden ich glaube mit Sumail als Scout mit Chen Creeps und mit dem Beastmaster Hawk wird es da recht schwierig sein für Magnus eine Engel zu finden Mitte Vater Core Magnus werden wir hier leider nicht sehen das wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen aber nun gut dann eben nicht haben wir gar kein Logo hier unten müssen wir noch DRC Logo holen anyway mal schauen auf der Seite von Cloud9 haben wir tatsächlich natürlich den Signature No-Tile Wisp zusammen mit Vater als naja Carry Bristleback im IE auf dem Tiny Bond7 Offlane Magnus und zugeletzt Misery als Earthshaker und einiges hier an Legs na gut Top 8 nope wie gesagt Cloud9 müssen die noch das Spiel gewinnen oder das nächste Spiel gewinnen auf jeden Fall wenn sie das nächste Spiel gewinnen dann weiß ich nicht wird es knapp wird es auf anderen aufhängen vielleicht kommen Tiebreakers wenn sie beide Spiele gewinnen sind sie auf jeden Fall weiter bin mir ganz nicht sicher ob es jetzt ein Spiel reicht oder nicht auf jeden Fall gegen EG die 10-4 sind wird es doch sehr schwierig First Blood würde helfen aber PPD bekommen sie hier nicht haben wir schon erstmal die schönen Camps geblockt 1-2 Camps geblockt aber Chen hat natürlich auch immer das Camp hier noch so dass da zumindest für Chen halt auch noch die Möglichkeiten über sind ansonsten ein einziges Camp das ist das einzige Camp was für Chen noch übrig bleibt bittere Zeiten für Aui hier aber ja übrigens EG ja 4 auf der Luna PPD auf dem Lion nichts besonderes Aui auf dem Chen der kurz blockt während sie zu Bane die Rune holt und dann haben wir Universe auf der Offlane auf dem Beastmaster wie schon gesagt da nichts besonderes hätte halt nur gedacht vielleicht hätte Vater natürlich den Magnus picken können aber das Problem ist halt da Vater nicht in der Mitte kommt eben weil Tiny Wills nicht in der Mitte sind whoops ok Safe Lane E.I. Summer ein Hotel rotiert schon rüber oder wird er wahrscheinlich erstmal stacken holy shit sind das Lags hier man 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 Asian Servers aber hoffentlich nicht so schlimm kommt halt ganz drauf an wie das Ganze in den Teamfels aussieht aber egal so May sollte in der Mitte eine ziemlich gute Zeit gegen Boneswaffen haben das ist halt so der Nachteil und Harris dient ja schon ziemlich gut raus auf der Offlane ja Vater mit Misery Vater sollte zurechtkommen kriegt natürlich einiges an Harris von den zwei Ranged Carries von den zwei Ranged Heroes aber weiß ich nicht hat auch Regen Misery ist da wenn es mal kritisch wird ich glaube das sollte reichen zumindest eins dann aus dem Vater ist reasonably tankier obwohl er noch kein Bristleback hat das bekommt er aber jetzt und ist erst besser eine Toplane Beastmaster ist eher tankier aber natürlich kein Bristleback von daher Toss Avalanche ist auf jeden Fall noch als möglicher da No-Tail Thumbt ein bisschen Pulltys Stacks rüber Pullthrough hinbekommen Universe Contested das Ganze wie er natürlich das Ganze tut findet jetzt hier ein Hotel Tether ist wieder da und off you go Tja Bond 7 in der Mitte hat immerhin 6 Lastits aber auch Sumay schon ein Stück keine Denies allerdings auf beiden Seiten und daher die Levels sind erstmal noch gleich Rune wird auch interessant Top Rune scheint an Bond 7 zu gehen die Bottle kommt erst für ein bisschen später aber er hat auch schon den Null Talisman gewinnt vielleicht nicht so viel Geld auf der Bottomlane haben wir Vater der jetzt gegolt wird tatsächlich ist noch ein Hex rausgekommen aber der Damage reicht nicht ganz wie sieht es mit Aoi aus hat er jetzt seine kleine Army und farmt sich da durch hat den ersten D-Ward halt auch schon unten gemacht und hat immerhin zwei Games mit denen arbeiten kann das sollte soweit okay sein viele Stacks kann er erstmal nicht tun aber er kann erstmal im Dschungel bleiben das ist erstmal wichtig tja der Farm ist sowohl von Eternal Envy als auch von 4 im Rahmen die Carries bieten sich hier keine Blöße da hat Luna ein bisschen mehr Denies aber bam 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 einige lags das sieht dann doch ein bisschen komisch aus mit dem lags Leute ist low aber im Prinzip freut das natürlich auf den Whisper so low ist weil dann kann er Leute heilen vielleicht so low ist halt ein bisschen vielleicht ein bisschen wenig aber egal bei uns helfen mit der Haste Runde könnt ihr ja zurück squiren aber auch so male ist ihm da voraus lässt sich da nicht lässt ihn nicht an sich vorbeigehen Demo hat es jetzt tatsächlich auf das Camp gegangen von daher auch die Pull Camps sind jetzt einsatzbereit für PVD wenn er jetzt anfangen will zu pullen und Chen hat halt nur noch diesen einen Block Ward hier den er auch mit dem kompletten Movement sieht von daher sollte jetzt hier mit dem Smoke halt aufpassen dass er vielleicht nicht gescoutet wird das wäre auf jeden Fall schwierig oder ja schwierig für Aoi den Kill zu bekommen und recht einfach für Bones 7 da einfach weg zu squiren oder generell defensiv zu sein Defensiv zu sein Level 5 Sumay wird bald Level 6 und dann ist es definitiv zu wenig leben muss er aufpassen Rotation kommt erst mal in die Mitte Bones 7 versucht ihn dann zurückzutreiben No Tail ist da Squire kommt zurück aber Sumay kriegt die Rune hat aber noch gerade Level 6 bekommen das reicht aus um hier eventuell den Kill bekommen schönes First Blood auf Sumay Aoi kam da in der richtigen Zeit ohne Smoke tatsächlich aber Sumay gerade so mit der Bounty Rune Level 6 bekommen und nur deshalb weg zu kommen kriegen sie den Kill auf Bones 7 sieht nicht danach aus aber ja schöne Rotation und technically quasi Luck von Sumay dass er hier die Bounty Rune bekommt andererseits hätte er eine Hales Rune bekommen wäre er weggekommen hätte er eine Invis Rune bekommen wäre er weggekommen wenn er Double Dammit hätte er wahrscheinlich ähnlich turnen können ja nur mit einer Illusion keine Ahnung wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen von daher ja Luck aber so viel zu den RNG Göttern beten musste er gar nicht Vater ist hier ein kleines Problem ist jetzt gehext ein Cheap sollte hier down gehen aber 4 kümmert sich erstmal nicht da drum und Misery kann das hier vielleicht sogar turnen Vater ist jetzt hier drin PPD kriegt einiges in Damage hier ist halt zurück und PPD 3 2 sollte okay sein allerdings Vater 4 kommt jetzt hier hin aber Nothale ist schön rotiert um da hin zu kommen PPD sollte hier an der Seite hin down gehen die nächsten Balls dauern noch ein bisschen aber die Fischer kommt da von Misery ein bisschen auf der anderen Seite Nothale kriegt den letzten Hit nicht ganz Wisp hat zu wenig Damage und 4 zeigt doch dass er da ist sehr 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 defensiv da PPD ja so kommt man auf dem besten Weg zurück zum Enchant auch wenn das ein bisschen genervt würde aber nur auf Level 1 von daher immer noch eine valide Möglichkeit sich selbst zu killen auch wenn der Respawn Timer ein bisschen höher wurde aber halt auch nur auf den frühen Leveln ist jetzt Level 3 keine Ahnung der Nerf wahrscheinlich auf 2 2-3 Sekunden maximal noch ausreichend ja 4 sehr defensiv hier in dem Engage hätte durchaus vielleicht einen Killer-Vater bekommen können aber weiß ich halt auch nicht sicher ob er committen wollte komplette Grief-Hift die ihn angegriffen hatte Luna ohne Stout-Shield ist halt auch ein bisschen squishy und die nächste Rune geht auch an zu Mail auf der Top-Rune haben wir Chance Army die die Rune denied hat auch schöne Plays hier aber wird auch gescoutet Channel Level 4 nach 6 Minuten na ohne Boots ist halt nicht so das perfekte Jungle-Setup was hier sich Chen erhofft hätte immerhin etwas natürlich auch mit dem Kill besonders aber tja das Mech wird auch noch ein bisschen dauern trotzdem halt erstmal wichtig Level 6 zu bekommen ist jetzt Level 5 wird wahrscheinlich 7 Minuten 30 Level 6 werden mit Hand of God sollte es auf jeden Fall Return-Kills auf EG erstmal aufhalten woops ok Eclipse Luna wurde jetzt auch Level 6 und mit Eclipse einfach mal den Easy-Killer-Vater mit einem Hex und mit einem Stun von Laien ja Hex-Stun Eclipse und einiges an Dreadgill-Switcher war das dann wahrscheinlich auch ein einfacher Kill hat Vater nicht ganz aufgepasst ich meine Misery war da aber der Damage kommt halt raus egal ob der Stun da ist oder nicht jetzt soll der Kill auf 4 kommen so wie ich das gesagt Gepinge interpretieren kann aber sieht nicht danach aus Pings kamen raus aber kein Go auf 4 in der 7 Minuten Trads Aquila scheint mal das Meilers zu dodgen oder zu zu ignorieren mit dem Lineup was C9 hat glaube ich ist es ganz sinnvoll denn sie müssen hier unbedingt fighten klar das Late Game ist scary mit Bristle Magnus und einem Tiny Wisp aber ins Late Game kommt die Luna so oder so und die ja der wäre mir das zu greedy meiner Meinung nach dann noch 7 Minuten Grafen EG holen wesentlich mehr aus dem Map raus klar sie haben Jungler haben halt einen Kill hier nur den kleinen Dip runterbekommen oder auch nicht irgendwie hier damit immer noch Bonus Sachen rausbekommen aber halt auch eine XP der Chen zahlt sich halt aus und Cloud9 haben den Wisp boosten halt hauptsächlich den Tony aber trotzdem ist es tatsächlich also naja tatsächlich nicht aber es ist Sumail der hier in der Mitte richtig abgeht Top of the board mehr Farmer als die Safelainer und knapp doppelt so viel Farmer wie Bone7 hier in der Mitte der halt natürlich gegen den Storms nicht so viel tun kann Sumail wird hier der Playmaker sein Toplane direkt der Go auf EE und das sieht böse aus Insta Death Nothale nicht in der Nähe um irgendwas zu retten ist wahrscheinlich auch nicht Level 6 lange nicht Quick and Easy Kill Hammer Tony Tja Bone7 jetzt mit der Inverse Rune das wird böse für die schöne Skir auf die nein brauchen wir nicht schöne Skir auf die Klippe nein keine Plays just kills aber EG holen dafür den Top Tower von daher das ist ein Trade den EG gerne eingibt PPD für den Tower ganz gut aber gut mit der Inverse Rune wäre das wahrscheinlich auch ohne diese drei Heroes von Cloud9 gewesen die da down im im River waren wäre das auch so gegangen mit dem Kill mit dem Beastmaster Hawk ist auch das Farm im gegnerischen Dschungel ganz einfach da ist nichts zu befürchten und der Beastmaster Hawk wird da noch öfters dastehen die Vision sieht super aus für EG und der nächste Kill auf Tony ist inbound das sieht mir nach einem einfachen Kill aus der Burst Damage ist da kann auch Toss zurück und Avalanche gemacht werden aber Sumail ist da Stun daneben ihr lebt immer noch geht aber jetzt hier down von Sumail und No Tail quickly to follow Double Kill für Sumail 5 zu 3 ich höre eine AP nur auf Sumail allerdings oh das ist bitter nichts rausbekommen in den ganzen Legs ah da ist der Roar wieder auf Kodan wunderschöne Fissure von Misery aber es reicht nicht ganz und Sumail wird hier einfach zurückgesend back Triple Kill für Sumail 6 zu 2 und was eine Performance von EG super aggressiv natürlich mit dem Chen aber hauptsächlich von Sumail hier der mit dem Stormsfield so dermaßen Farm hat dass er nach 10 Minuten schon Place after Place machen kann ist auf dem Weg zum Orchid ist schon einiges schon fast die Hälfte des Orchids fertig Sumail direkt auf Vater direkt weiter nächster Kill für Sumail Unstoppable nach 10 Minuten und lässt 4 hier auch keine Kills lassen alles meins sagt Sumail und holt sich hier die wichtigen Kills 2000 Gold das sollte der längste Oblivion Stuff sein und mit einer Hälfte Rune ist glaube ich der nächste Kill gleich inbound mal schauen mit dem Ward hier gut okay die Rune hat ihn natürlich gesehen und sieht ihn immer noch It's a Trap Bone7 und Misery ziehen sich da sehr weit zurück Misery ist auch schon in der defensiven Position um was zu tun und erstmal der Mittel Tower sollte das sollte beteckt sein einerseits Sumail hat halt auch die Möglichkeit gerade mit dem Storm Street so ein bisschen Terror zu verbreiten 4 und Terror und halt auch einfach durch seine schiere Präsenz mit der Haste Throne halt hinter dem Tower sich kurz zu zeigen und zu sagen okay das ist mein Tower wir pushen ihn jetzt und ihr könnt dagegen nichts tun okay ist nicht passiert eher noch ein bisschen auf die Top Lane aber hätte sein können meanwhile Smoke von Cloud9 Bone7 hat keine AP aber Tony Wisp sollte wahrscheinlich rechtzeitig hinkommen Bone7 wird gethrowt und kann zurück gesquirt okay oder weggesquirt aber der Slow ist erstmal entscheidend Axis kommen nicht raus direkt Avalanche und schöner Pickoff von Eternal Envy schön hat auch gemacht Blink von Bone7 ist noch nicht da aber auch nicht nötig dafür haben wir einen Toss auch schon schöne Kombi die jetzt gar nichts aufzählen also ist irgendwie einleuchtend aber sonst noch nicht noch nicht so oft gesehen mit Center Warp hat man das öfters mal gesehen und mit einigen anderen Heroes aber mit einem Throw und Zurücksqueren ist es nicht aber Relocate kommt hier drauf aber Fear ist da mit der Clips und zieht direkt den Kill auf Eternal Envy direkt down und der Finger holy crap direkt Kill auf Eternal Envy PPD wird dafür down gehen Double Damage Vater da will auch Fear nichts von wissen hat auch ein DP zur Not aber was ein Relocate Gang der da übel fehlgeschlagen ist von EG äh von Cloud9 und EG haben da hart gepunished auch wunderschöne Absprache hier muss ich ganz einfach sagen dass der Finger eben nicht auf No-Tail rauskam um ihn zu holen sondern dass sie sich abgesprochen haben oh AP kam raus aber das ist zu spät Vater geht hier auch noch down Roar sorgt dafür 4 ok 3 deaths von Cloud9 alle down gehen der Tower ist in Bredouille 12 zu 4 nach 12 Minuten für EG und 10.000 Net Worth nach 12 Minuten na gut das sind 12.000 das sind 1 kein Net Worth pro Sekunde 1 deaths man würde jetzt sagen Teams haben irgendwas über 90% Win Rate Wisp und Tiny kommen hier rein können ein bisschen Damage machen auf 4 aber mehr auch nicht sollten wir kein großes Problem haben wieder wegzukommen aber Sandpack von 4 sorgt erstmal dafür dass hier nichts passieren kann Stunts von der Chen Army Sonny Fist ist schwierig aber die Fissure von Misery holy crap und Echo Slam das sollten 2 oh sie teilen sich auf in der Boar wieder mit dem Slow MVP Boar das Wildschwein und dann kommt auch noch gut gemacht von Universal auch raus zu TP er hatte keine Vision dass hier von hier aus eine Rotation kam aber er hat dann doch ganz gut weggekommen und Sumel holt sich den nächsten Kill Godlike von Sumel 9-0 und natürlich 0 kein Assists denn ein Storm spielt holt sich selber seine Kids Tja Sumel Sumel ich hatte ihn vor im Dezember in der Cebo gesehen aus seinem alten Team dessen ich mich nicht erinnern kann irgendwas um weiß ich nicht nicht Leviathan glaube ich aber ist ja Peru war das Union Gaming ich glaube Sumel kommt von Union Gaming oder halt aus der Richtung und da war er schon gut und danach schön zu sehen dass er jetzt bei EG untergekommen ist und unter den Pros seinen Platz gefunden hat wie war das die 15-jährige Prodigy oder irgendwie wie ihn die anderen Casts ja mal so nennen ich glaube LD hat das mal gesagt ich glaube 15 Jahre ist er alt da sind auch noch die die Reaction Times sehr schnell da für den Storms Build um das halt auch zu brauchen um die schnellen Orchids noch im Ball Lightning rauszubekommen und so ganz andere Sachen aber naja 14 Minuten Orchid Solo Pickoff vorhanden dementsprechend Cloud9 jetzt nur noch zu dritt unterwegs oder zu zweit natürlich aber das wird halt auch für Eternal Envy schwierig hier mit Tony Wisp irgendwie gegen den gegen den klar zu kommen denn wenn das Orchid eigentlich auf Tiny ist kann Notale nur noch heilen und relocaten muss ich jetzt hier ein Relocate machen kommt aber naaa der Stun von PPD holy crap und da kommt einfach der Stun PPD wusste es schon hat hat Notale gesehen direkt abgebrochen wobei tatsächlich ich glaube sogar der Damage gereicht hätte schon vorher vor dem Relocate oder das Orchid hätte ihn gepoppt was ein Damage Misery ah TP tatsächlich auch noch raus ich dachte er hat wird jetzt einfach verangst der Starne und hier warten EG wäre aber anscheinend auch nicht hingegangen ja ein T1 Tower ist noch verbleibend für EG tatsächlich nach 16 zu 4 und ja 16 Minuten 16.000 Net Worth vorne immer noch ein T1 übrig von daher diese 16.000 Net Worth sind fast ohne Tower das sind 12.000 Net Worth vorne rein an Kills und an Farmvorteil wenn ihr die Last Hits anguckt holy crap sowohl 4 als auch so Mail haben knapp doppelt so viele Last Hits wie Eternal Envy und im Net Worth oh Gott so Mail hat fast dreifache Net Worth vom Tiny der Free Farm hatte auf der Top Lane gut für 10 Minuten dann war es Mail Level 6 aber nichtsdestotrotz hey dann kann es ja mal ein bisschen hypen auch wenn das dem Walsgehalt nur bedingt entspricht aber ist ja nicht meine Aufgabe Wahrheit zu verbreiten dafür habe ich einen analytischen Co-Caster den ich jetzt nicht dabei habe dementsprechend gibt es hier keine Wahrheit nur Hype und Entertainment hoffentlich PPD mit der Invest Rune schaut mal okay guck mal da Eternal Envy guck mal da hier ist auch der Wisp er hat auch seinen Relocate aber ich glaube das wird er nicht rauskommen wenn PPD mit der Invest Rune neben ihm steht aber gut erst mal ist EG ja noch gar nicht da noch keine Angst haben auch wenn PPD hier mit der Invest Rune ist aber EG wird hier kommen hier unten da kommt der Relocate tatsächlich der Relocate raus rein okay okay sie gehen erstmal den Go auf hier kommt schöner Echo Slam aber hat auch eine AP 4 mit der Eclipse aber einiges an Damage das hier schon draußen ist und 4 sind zwar immer noch drin aber schon 3 down von EG Cloud9 geht hier erstmal rein aber es sieht nicht gut aus für 4 4 ist down PPD das ist tatsächlich genau das was Cloud9 gebraucht hatten ich bin mir nicht sicher ob es genug war auf jeden Fall wunderschöner Engage aber auch EG haben gemerkt okay das war Overextension und das wird ihnen wahrscheinlich nicht nochmal passieren weil sie jetzt daran erinnert wurden okay API ist drin Echo Slam ist drin okay sie können es doch einsetzen rein mit zu Mail einfach alleine in 5 ist es dann doch nicht getan ja Korrektur natürlich für Samael Pakistan Seyed stimmt auch wieder wenn man sich mal den Namen anguckt Peru ist meistens nicht Union Gaming wie auch immer irgendein bei den North American Teams tatsächlich aber klar keine Ahnung wo er jetzt lebt ursprünglich aus Pakistan hey Menschen kommen ursprünglich aus vielen verschiedenen Gegenden der Welt und gut der Networth Graf hat na gut doch nicht so ganz einen Dip aber hey okay der Networth Graf das waren tatsächlich 6000 Gold Unterschied und das sieht nur so ein bisschen stolz aus trotzdem noch eine stolze 14.000 Networth Lead für EG was natürlich auch die Tower sind haben jetzt 4 Tower Vorteil und werden da erstmal nicht stoppen glaube ich trotzdem Echo Slam ist wieder auf Cooldown in 15 Sekunden wo ist das Ding laut das ist auch so ein Soundeffekt der Recall beziehungsweise der Test of Faith der mit mehr Heroes lauter wird und bei der Army wird das schon schon echt laut ups lags und Disconnect well played dann reconnecten wir mal ganz kurz wow und das Spiel ist weg gut ja okay wir schauen mal demnächst hier auf die anderen Streams wie das so aussieht was sagt denn BTS dazu Lost Connection zu Steam okay dann ist das mein Internet nein die Streams gehen noch der Stream läuft weiter Dota Network ist down well played tja äh super jetzt ist es wieder da das kann tatsächlich sein dass es mein Internet war reconnect mach 1140 das kann tatsächlich sein oh nein 24 Stunden reconnect aber zum Glück geht das Streamer auf eine andere Leitung raus von daher geht es hier gleich weiter da reconnecting das Streamer ist eine Fallbackleitung wenn man eine Fallbackleitung rauskommt das andere war tatsächlich der 24 Stunden Disconnect um 11 na gut dann sei es drum wir sind wieder in game und was ist bisher passiert Sumale ist gestorben seriously are you kidding me report 24 Stunden disconnect come on professional player weiß nicht wann sein reconnect ist sorry Leute oh man bitter aber gut kann man nichts machen Roshan Time für EG nachdem sie mail dann doch down ist hat er gesagt okay ich brauche eine EGIS denn ohne wird das nichts und sie werden sich jetzt hier wohl die EGIS ohne viel drumherum holen mit dem Hawk es ist auch relativ einfach zu gucken haben hier alle Vision der Welt ein Hawk zweiter Hawk war naja ok der Boar war hier aber auch Cloud9 wird damit nichts zu tun haben tja Networth suddenly tiny auf 10.000 holy crap 5000 Networth unterschied mit diesem einen Fight geworden hu Cloud9 kommt gerade wieder ins Spiel zurück schon mal hm der Networth Graph hat keine Ahnung wie es aussieht denn er kann nur interpolieren wenn er wenn wir rausgegangen sind doof aber naja Dota war es schon immer beim zugucken ein bisschen broken so Dinge beim Reconnect in der Roshan Timer und so Dinge wisst ihr sicherlich dass der da ein bisschen kaputt ist Cloud9 immer noch auf der Defensive aber auch EG glaube ich kann nicht mehr so viel machen zum Mail ist immer noch weit vorne hat eine Region Rune und natürlich ein Bloodstone nur mit 5 Charges gerade bekommen und ist gerade gestorben bitte bitte anscheinend 2 Kills und dann gestorben oder gestorben und dann 1 Kill wie auch immer auf die 5 Charges kommt aber ja ich kann leider nicht so ganz gucken was hier passiert ist außer dass naja zu Mail down gegangen ist Tiny 4 Lasts 4 Kills nicht sicher wie viel er vorher hatte aber naja der Hawk lebt auch gefährlich sehr schön dass er hier ist und nicht hier sonst wäre er downgekleeft worden downgekleeft wunderschönes Deutsch aber auf 4 hat BKB fertig Blinkdecker auf 4 ups hat er das schon vorher gehabt? Blinkdecker Luna hm also entweder werde ich jetzt geflamed weil ich es noch nicht gesehen habe oder es ist wirklich recht neu von 4 das ist ein Blinkdecker klar Blinkdecker Viper und so haben wir in letzter Zeit schon gesehen kann man dementsprechend auf der Luna spielen besonders halt mit der Eclipse wo es halt auf sich heißt hinterher zu sein und bei der Eclipse halt alle weglaufen es ist gar nicht so eine schlechte Wahl allerdings natürlich auch mit den Glaves wird der Schaden den die Luna hier auch raushaut multipliziert weshalb man auch argumentieren könnte dass Schaden dementsprechend umso wichtiger auf Luna ist denn possibly kann man den Schaden halt mal 6 machen okay mit weniger also 35% immer weniger runter ja gut wahrscheinlich technisch doppelt so viel aber das ist halt auch das Ding das ist ein Jascha macht was ist das 20, 30 Damage mehr dann dementsprechend 60 Damage also wahrscheinlich ein bisschen mehr Value als der Blinkdecker aber das kommt halt ganz drauf an ich würde halt auch sagen okay mit Sumail und mit dem Beastmaster wie sieht es mit Blink auf PPD aus noch nicht ähm ja aber mit dem Blink Beastmaster und mit dem Sumail Stormsbild glaube ich dass sie genug Initiation hatten aber andererseits natürlich umso wichtiger für 4 dann hinterher zu kommen wenn die Long Range Initiation kommen halt schnell mit dem Blink daneben direkt die Glaves bouncen lassen und naja mit der Clips und dem BKB halt schon drinstehen und daher ist die Wahl natürlich nicht falsch 2 Minuten Aegis haben sie noch ein bisschen Zeit der Bottom Tower wird wahrscheinlich in der Zeit fallen zum Mail erstmal geguckt okay ist jemand drin nein die Leute sind wirklich noch in der Base zurück haben halt immer die Hawks die Highscouten aber trotzdem Smoke Gangs und außerdem Handahawk auch nicht alles scouten der Push kommt EG hat hieriges noch ungefähr für anderthalb Minuten und das werden sie auch nutzen Nekro für Beastmaster so wissen halt auch okay Late Game Cloud9 hat ein Scary Late Game Lineup wie gesagt Ecoslam und RP zusammen mit Tiny und Bristlebike deshalb früh beenden während zu Mail noch Snowball und das wird wohl mit dem Nekro halt auch sowieso sein riesige Army macht es umso scarier wenn jetzt hier ein Ecoslam reinkommt viel viel Focus of Misery Link Dagger ist vorhanden und das das wird wehtun wenn es denn einmal trifft und apropos wehtun Misery Vertical Goat und schöner Relocate von Nothail aber zum Mail geht tatsächlich auch raus will die EG ist nicht einfach so abgeben wäre da unnötig außerdem in der Base ist vielleicht eine schlechte Idee die EG ist zwischen 5 zu hinterlassen denn der Follow-up kann doch recht einfach da sein Sheevas für Storm Spirit ist auf dem Weg sollte jetzt fertig sein mal schauen ob er Buyback macht oder ob er hier dieses Sheevas kauft und ich glaube es wird ein Sheevas ja Sheevas fertig Korea kommt gleich raus wieder mehr Intelligence für den Storm Spirit die Lunailos ja machen mal wieder ganz gut den Damage mit den Glaves pushen die Lane alleine raus und wir sehen halt auch hier die Quills die halt einfach da sind das heißt der Smoke ist gebrochen außerdem steht halt Tiny dort sollte EG wissen dass es ein Smoke hinterm Tiny ist aber erstmal sind sie auch sehr weit zurück und haben jetzt auf die EG ist abgewartet die EG ist jetzt getimert wissen sie zumindest jetzt wo sie dran sind aber ich glaube High Ground Push gegen den Earthshaker und gegen Shockwaves werde ich glaube ich mal gar nicht mal so falsch liegen mit der Annahme dass sie auf Roshan warten werden außerdem tatsächlich ein kurzer Roshan drei Minuten wie ich das eben gesehen habe von daher sehr kurzer Roshan und sehr wenig Zeit für Cloud9 hier noch ein bisschen Farm rauszuholen bevor EG wahrscheinlich High Ground gehen wird das ist halt auch das Ding im Prinzip Beastmaster wird hinten bleiben und Tiny Roar Sumail wird direkt hinten sich irgendwie wenn er Misery findet direkt auf Misery jumpen und dann wird es doch sehr schwer hier irgendein Echo Slam rauszubekommen außerdem mit der Aegis können sie halt wirklich mit der ganzen Armee reinkommen und solange Sumail früh genug Misery findet ist da eigentlich keine Chance für den Echo Slam und ich weiß nicht ob Echo Slam wirklich die einzige Möglichkeit ist hier großartig zurückzukommen für Cloud9 aber es ist halt die die beste die sie haben zusammen mit der IP und dann liegt viel auf Sumail aber ja vielleicht schafft es ja Misery irgendwie dem kalten Griff von Sumail dem kalten Griff des Todes zu entweichen und hier nicht direkt gepick-offt zu werden aber um pick-off okay und Seven geht nicht weiter vor er hätte wahrscheinlich tödlich geendet für ihn was hat hier noch ein Envy außer dem Empower drauf Arganims und BKB das ist noch nicht so viel nach 20 Minuten aber hey er versucht im Spiel drin zu bleiben 200 Last Hits ist jetzt quasi on par mit EG soweit Vier hat jetzt auch Sumail mal überholt denn Sumail muss Heroes farmen Vier könnte vorblinken und jetzt wird hier gefunden und der Relocate kommt nicht raus Iisama versucht hier raus zu TP und schafft es auch ganz einfach Beastmaster nicht schnell genug da war noch zwei Blinkreichweiten entfernt so damit kein Raw wichtiges TP auf jeden Fall von Iisama aber schöner Engage von EG nur schade dass wir nicht mehr gefunden hatten gut für Cloud9 Networth ist immer noch weit voraus sie haben halt eigentlich nur Tony und Bristleback aber andererseits ist es halt wieder so ein Lineup Misery braucht nicht mehr Misery hat seinen Blinkdagger Networth egal Magnus One Seven hat seinen Blinkdagger Networth bis auf den Force Death und BKB egal Bristleback wichtig hat aber immerhin Vengard hat auch die Casual Cloak und BKB von daher hat er jetzt erstmal die wichtigen Tank Items der Rest liegt einfach nur im Tiny der den Damage rausfahren muss 2100 Leben Jascha wird bald rauskommen noch nicht ganz da aber das wird halt auch so ein Ding oh vier kommt hier rein oh bricht das TP ab das ist wichtig und direkt Eclipse zünden ja und sollte den Kill hier holen oh dodgt noch ein bisschen das Ganze aber muss jetzt auch natürlich aufpassen vier mit dem Physiker Damage kriegt einigen Kill trotzdem war der Bristleback des Todes geweiht konnte er nicht so viel tun hat sich der Blink schon ausgezahlt ich weiß nicht ob er rechtzeitig da gewesen wäre wenn wenn das hier nicht so der Fall wäre wenn er hier nicht den Blink gehabt hätte aber ja Bristleback ist wieder down weitere Items verzögern sich weiterhin noch keine Crimson Guard noch keine Pipe weil sie Pipe wahrscheinlich eher nicht bauen so viel Magical Damage ist es nicht klar die Eclipse und Lion Finger okay ist irgendwie viel aber es ist halt nicht der Hauptdamage rauskommt der Hauptdamage ist Storm Spirit und Lunas Physical Damage der halt naja nicht das Wichtigeres aber halt zumindestens dediziert auf gewisse Leute kommen bei der Finger auch ja aber der Finger wird halt hauptsächlich nur auf Leute gebratzt die halt auch schon dann down sind und da wird es schwierig halt wirklich vor dem Finger gerade so die Pipe zu zünden wohingegen gepipte Heroes wohl keinen Finger abbekommen und bei der Eclipse ist es halt auch recht random wer da wirklich getroffen wird und daher Crimson Guard hier vielleicht die bessere Wahl wenn sie halt wirklich bewusst Heroes safen wollen aber natürlich die Pipe auch nur zu breitem generell um die Eclipse zu negieren denn natürlich auch mit den Max Beams von 4 auf den Helden Max Hits von 4 Max Hits 4 von 4 okay nevermind haben wir halt schon naja den lösen Beam Damage ne 300 okay die 400 blocken ja nicht viel aber es sind halt immerhin nur 2,75 Hits die halt auf die Helden kommen besser als nichts tja Pause scheint gerade Pause zu sein ja für den Chat ich bin jetzt ähm ein wie würde ich sagen Blacklight und ich versuchen äh aus of the 4 TV mal zusammen zu machen und Blacklight muss arbeiten dementsprechend ist es hier die Zeit wo ich casten kann als Studi und heute Abend wird Blacklight wiederkommen und keine Ahnung Dota Pit oder so Dinge casten daher wenn euch dieser Cast hier nicht gefällt Saphira TV ist weiterhin oder ist dieses Mal jetzt eine Two Man Show zumindest so lange wie es funktioniert und so lange wie es hier nicht zu viel geflamed wird und naja schaut halt rein wenn euch dem nicht gefällt dann gibt es noch Beyond the Summit Dota Cinema zumindest auf DAC haben wir sehr viele hochwertige Caster so dass eigentlich jeder hier einen guten Cast finden sollte wenn irgendwelche Caster nicht gefallen aber C9 smoked wollen den Roschall contesten und mal schauen aber it's a bait it's a trap so wie es aussieht Aui wird hier gefunden AP nur auf Aui oh oh aber CG sind nicht rechtzeitig da können jetzt hier versuchen zu reengaggen ne sieht nicht aus aber AP ist raus das ist schon mal viel trotzdem müssen wir noch den Echo Slam und Sumail kommt einfach rein ab dafür sehr sehr confident hier und holt direkt ein Hotel raus direkt der Engage hier auf E sagen wir mal da kriegt dein BKB nicht raus vor der Eclipse ah bitte geht direkt down Vater alleine drin muss dp'n und schafft es nicht raus zu dp'n Sumail von vorne und IG von der Seite Triple Kill für Sumail mal wieder tja 16-1 holy crap der geht ab 6000 XP Change wohl technically zu 1 also 4 zu 1 getradet super hat auch die die AP gebatet hat halt gehofft okay ich sehe hier eigentlich nur Aui aber es war gesmoked von daher hoffe ich mal dass er das Leben dabei ist war vielleicht ein bisschen greedy von Bon7 da wirklich nur die AP direkt zu machen wollte halt sicher gehen aber ich glaube mit dem Skull alleine wäre einfacher gewesen es war sehr greedy mal schauen ob sie hier den Turn machen können oh Stormspill wird gefunden ja aber kommt noch gerade so raus von Universe hier und der Aspect von PPD auf 3 Helden hat es gemacht Finger ist draußen auf Isama Sumail kein Mana mehr aber er hat auch keine Heroes mehr von IG Nothale versucht ihn noch dann zu bekommen aber schafft es nicht GG nach einem weiteren Teamvibe holy shit nach 33 Minuten Cloud9 wurden gestompt hatten einen guten Comeback im Dire Jungle aber mehr war da nichts zu tun Sumail on fire und auf seinem Signature Stompsbild das Game hier gerockt das war doch mal ein schönes Game und das wunderschönes erstes Game um den ersten Cast of Saphira TV zu machen wunderschön hier geht es aber gleich weiter Cloud9 ging LGD um 12.30 Uhr gut gleich 35 Minuten währenddessen wird Musik kommen ja vielen Dank fürs Zuschauen ich bin Sisterson at Sisterson Dota und Sisterson ist mein Twitch Channel für alles was quasi unwichtig ist werde ich den weiter benutzen irgendwelche kleinen Join Dota League Leute Dinge von Freunden oder irgendwelche Funcasts ansonsten hier auf Saphira TV öfters für euch in 35 Minuten Cloud9 vs. LGD für Cloud9 geht es um alles wenn sie das Game noch verlieren sind sie wahrscheinlich raus oder im Tiebreaker in der Dota 2 Asian Championship 2015 bis später